Liebe Zuschauer von KTV, der Wallfahrtsort Waldürn beherbergt eine besondere Heiligblut-Reliquie. Der Heiligblutschrein wird normalerweise nur während der Wallfahrtszeit von Mai bis Juni geöffnet. Aus Anlass der Corona-Krise findet jedoch aktuell jeden Sonntag um 18 Uhr eine Andacht vor dem geöffneten Schrein statt. KTV überträgt diese Andacht live. Schalten Sie ein und bieten Sie mit uns.